Wenn man jetzt etwas merkt, zum Beispiel ein Kribbeln oder ein leichtes Zucken oder ähnliches im Finger, dann ist das gut, weil dann hat man den Nerv tatsächlich perfekt erwischt. Und jetzt ganz langsam rantastend krabbeln wir so weit es geht nach hinten, denn aus dieser Position machen wir erstmal eine Rumpfvorbeuge nach vorne und jetzt wandern wir so weit es geht mit den Händen nach vorne, kein Liegestütz, sondern weit nach vorne. Hallo, mein Name ist Max Schumann von Equilitastic, das Ganze im Blick. Ich mache heute mit euch Mobility für Fitness School TV und wünsche euch viel Spaß. Fitness School TV